Heute zeige ich euch mal einen kleinen Mitschnitt aus dem letzten Live von mir. Also ich habe dann mal angefangen den Schädel auszudotten, habe dann mit eher großen Punkten angefangen und bin dann immer kleiner und feiner geworden. Und ja, es sind sehr viele Punkte und es sind wirklich, wirklich viele Punkte. Und ja, wenn ihr weiterhin so Ausschnitte sehen wollt oder im Live mit dabei sein wollt, dann macht das Plüsschen weg die Glocke an und speichert das Video ab oder schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze gedottet hättet. Und ja, ihr seht, es wird immer voller und immer besser. Und ich habe jetzt hier so einen Sandgrau genommen und mache das Ganze nachher auch noch so, dass ich die Ränder wieder ein bisschen dunkler mache und die Mitte ein bisschen heller, dass so dieser 3D-Effekt rauskommt, weil der Schädel soll ja auch plastischer wirken. Genau, aber ihr seht, ich dotte und dotte und Pünktchen für Pünktchen für Pünktchen wird das Ganze soweit fertig werden. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet.